Diese hier zum Kauf angebotene sanierte Einzimmerwohnung befindet sich in Berlin-Britz. Die Wohnung wurde 1962 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Bei einer Wohnfläche von ca. 43 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 65.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.